Oh, Baby! Ja, hab ich doch gesagt! Nein, alles gut! Doch, ich haut euch wirklich ab, Mann! Stopp! Mach auf! Ach, Bro, Hanky, bist du lost, Alter? Meine Frette, egal, als ob der hier rumrennt, als ob keiner hier bei Specimen Room rumläuft. Und jetzt diskutieren wir weiter. Moin, wo liegt aber die? Tim Gabel ist tot! Wo ist die Leiche? Okay, wieso reden wir jetzt darüber? Hä? Okay, für den Kill kann ich clearen. Auf der linken Seite war X. Ach nee, schwarz war da Coca. Schwarz war links, Dena war links. Chef war auch links, der Kill kann auch nicht... Ich war in der Kamera, falls ihr das gesehen habt, das Blinken, und ich habe Hanky noch im Büro gesehen. Ja, okay, dann bei Redi, oder? Hanky ist mir, nee, Hanky ist mir... Ich war das Beste mit dem Room, hab Kristalle einsortiert, da ist Hanky mir kurz... Und ich bin dann auf Office. Ja, ist Hanky mir über den Weg gelaufen, und dann ist er Richtung Admin. Und ich war gerade auf dem Weg nach oben, Laboratory. Ja, es kommt halt auch drauf an, wie lange der schon da liegt, ne? Das kann direkt am Anfang passiert sein. Also ich hab halt nicht gesehen, wer anfangs Laboratory reingelaufen ist. Das Ding ist, warum ist Maoki nach Lab gegangen? Es war doch gerade Lichter aus. True. Ich bin nach Lab gegangen, weil ich das schon mal gesagt hab... Ja, das macht sich schon wieder was das. Ey, ihr dürft nicht vergessen zu voten, bitte. Ihr müsst immer wenigstens Skipvoten machen, sonst gibt's später wieder irgendwer, der blöd rausgewottet wird. Maoki, Maoki, Crew und Hanky sind halt das, weil... Die wissen wir nix. So, einmal hier die Wasserflasche. Man auch nicht gemütet! Mann, Alter, mach doch auf! Oh, die sind alle sehr stark, die sind hier so verteilt, ey. Hallo! Ey, ey, ey! Dana, was hast du da gerade gemacht in Mad Bay? Ich hab mich gescannt und irgendjemand Maoki kann bezeugen, dass ich mich gescannt hab. Also... Ich bin die ganze Zeit mit Dana mit Schlau. Vote mich raus, ich weiß, wer es ist. Was? Ich glaube, er wurde gespoilert im Channel. Ah, ey, ey, ey. Wurde per Doni gespoilert, als er wurde... Dann raus! Oh, meeeeee! Ich dachte, Donis kann ich auch noch wenigstens lesen, aber nein, kann ich nicht. Also, ich sag mal so, ab nach 5 Euro Doni legt es laut vor. Ich dachte, dass du die erst später siehst. Während man lebt einfach... Ich lese ab 5 Euro alles vor, ist mir egal. Geil! Aber der Button war doch jetzt eh komplett in los. Ich, nein, ich... Moki, Moki hat mich gesehen. Was war denn jetzt wegen Dana? Ja, einfach erst mal... Ja, ist auch keiner gestorben. Sch*** drauf, Digga, sch*** drauf. Digga, mich kotzt Henki ja so an, dass der die ganze Zeit da lang läuft, wo ich bin. Digga, wir müssen jetzt mal jemanden umbringen, Alter, wirklich. Henki nicht mute. Hallo! Hallo! Und ich bin gerade in den Labor reingelaufen. Und Moki und Rewi sind auch in den Labor reingelaufen. Mhm. Und ich bin dann nicht zum Licht, sondern ich bin dann in den Labor reingelaufen. Und dann kam Moki raus. Und ich habe dann nach Revis Leiche gesucht. Nicht gefunden. Mhm. Ähm, was ich tatsächlich stattdessen gefunden habe, war in der Schleuse von Specimen war dann die gleiche von Chef. Nein! Doch! Ich bin aber nicht ein einziges Mal in die Schleuse gegangen. Das kann Rewi bestätigen. Das stimmt tatsächlich und ich stehe in dieser Toilette drinne da und mache diese Wiring gerade. Also Wiring-Task. Rewi hat gerade gesagt, dass das auf der Toilette war. Ich war mir sicher, dass da eine Leiche liegt. Deswegen habe ich alles abgesucht. Niemand war auf der Toilette. Nirgend. Und in der Toilette, in der Ecke an der Wiring-Task, Anni. Kann sein. Und Guck mal, das Ding ist, ich glaube, eigentlich ist es Anni nicht, weil Anni ist so gut als ein Poster, als dass sie noch nicht gekillt hat und es sind fucking viele Sachen am Leben und die Tasks sind fast fertig. Aber es könnte auch ein Self-Report sein. Könnte aber trotzdem halt ein Self-Report sein, ne? Also das ist halt ziemlich komisch, weil Anni steht normalerweise echt oft an den Kameras und jetzt steht sie halt ein Scheißdreck an den Kameras. Ja doch, sie stand am Anfang schon an den Kameras. Ich glaube, es kann Crew Inside. Aber das kann ja auch geplant mäßig sein. Wir warten nicht. Wo war Dena denn? Ganz ruhig, wollte ich erklären gerade. Ich war unten bei Weapons. Oder da rund außenrum links von mir. Ist Dena safe? Genau. Ich habe Dena die letzten fünf Sekunden vorm Report unterhalb von Electrical gesehen. Er kam von unten links angelaufen. Ah, okay. Ich war in Electrical mit Koka und Hanky. Hanky war in Communications. Ich war auch in Communications, hab dann den Reboot gestartet. Ich dachte erst, Hanky will Koka töten, hat aber nicht gemacht. Die drei sind safe, Dena ist safe. Es muss Crew Inside, Anni oder Mauki sein. Und halt, ob hier ist noch einer der anderen. Oder klärt man aus. Nee, es sind drei Imposter diesmal, Bro. Hanky muss jetzt auch mal einen killen, Alter. Wirklich. Moin. Ich habe gerade Weiters gecheckt und Anni ist tot. Oh nein. Und deswegen hast du die Leiche weggeschafft. Interessant. Anni hat gerade eben dich und Revi Suspekte. Ich bin gerade, also ich war gerade bei Caruso tatsächlich. Mit Dena. Oben bei Security. Oh, bin ich noch mute? Hallo? Okay. Dich hat keiner gebrochen. Alles gut. Ich dachte, es hat mich richtig gewundert, Alter. Ich dachte gerade schon so, hey, what the fuck. Nee, also, ähm, Mauki war dann... Wo warst du? Pass auf. Anni hat Revi beschuldigt, dass er da nirgendwo war. Anni ist dead. Sie war mehr Heidi Susp. Ich vote jetzt Revi, weil wir auf 6 sind und wir müssen voten. Aber Bro, ich war nicht in der... Ey, ganz kurz, ganz kurz. Ich war doch nicht in der Nähe. Ich glaube, es ist ein Crew... Ich war aber nicht in der Nähe, Bro. Als ob ich mit Revi hier... Aber das ist aber stupid. Caruso, überleg doch mal bitte. Überleg doch mal. Wenn ich doch bei dir gerade gewesen bin. Wir haben uns gesehen, als ich reingelaufen bin in den Room da unten. Der Kill warst du nicht. Aber du kannst... Der Kill war, glaube ich, Mauki. Ja, aber dann brauchst du mich ja nicht voten, Bro. Wenn du doch zweimal jetzt Mauki gesuszt hast. Wir haben noch zwei Imposter und wir sind bei 6. Wir müssen vote doch sie zuerst. Warum denn nicht? Ich check das nicht, Mann. Es wäre ein ganz, ganz blöder, großer Fehler, mich jetzt zu voten. Weil ich es nun mal einfach nicht bin. Ich weiß nicht. Kann ich irgendjemanden clear in dieser Runde? Nein, weil ich bei Specimen drin war. Ja, aber ich bin gecleared worden. Das meine ich halt. Weißt du, was ich meine? Ja, aber es wäre trotzdem dämlich, mich zu beschuldigen und mich auszuvorten. Aber du bist für beide Kills vorbelastet. Mauki könnte natürlich auch der Kill in Lab gewesen sein. Nein, Dena, kannst du Mauki clear? Nee, Dena kann... Warte mal, Mauki hat davor in der Runde gesagt, dass Dena... Nee, Revi kann sie clearn. Nein, nein. Warum sollte ich dann jetzt Dena kröten? Ich kann sie nicht clearn. Sie war da oben irgendwo. Nee, nee. Hey, Koka, mach den Call. Koka, mach den Call. Revi oder Mauki? Ich word fucking Mauki raus. Nein, beide nicht. Ich hab Revi nicht gesehen. Hey, Chimma, ich hab Koka gefragt. Ich würd eher Revi sagen, allein wegen dem ersten Kill. Hä, ich war doch gar nicht in deiner Nähe. Raff dir's denn nicht, Alter. Sie ist zweimal sus und ich werd gewohnt. Sie hatte jetzt tatsächlich kein Alibi und sie hat auch mich grad verdächtigt. Aber sie war doch gerade in der Nähe. Sie war doch gerade in der Nähe und ich war doch gerade bei unter Leuten. 8 Sekunden. Ich bin so Revi Moki, muss ich sagen. Ich check das nicht, Mann. Es sind Karuso und Koka, weil die sich jetzt gerade gegenseitig... It isn't me. Oh, das ist auch ne Möglichkeit. Ah, GG. Oh, Baby. Hab ich doch gesagt. Was? Ich hab mal angefangen auf Calls zu hören. Eigentlich hat er so gut wieder rekonstruiert und hat's dann Revi nicht rausgebracht. Das macht so keinen Sinn. Das ist echt nicht. Was ist dein Upload jetzt, oder? Ich lade einfach alles hoch. Ich lüge die ganze Zeit. Hey, Mauki, es tut mir richtig leid, aber ich musste. Ja doch, aber ganz im Ernst, wir hätten die Runde auch gewonnen, wenn wir einfach noch ein Crewmate mehr gehabt hätten. Es war einfach an Lacky, dass da die Dono reinkam. Ich sag euch, wenn ihr einen Posten habt, schötet mich. Weil sonst f*** ich euch. Okay, Tim. Ja, ein Win ist drin, sag ich mal. Das ist ganz geil. Haben wir schön gespielt hier. Über eine Aufgabe zwar gewonnen, aber ich sag mal so, der Win ist Win und der Win muss hin, ne? Klar. Was ist denn da? Unten hoch und Chad und Max sind von oben runtergegangen. Hey, wie geht's? Also, Laboratorie. Südliche Laboratorium lag die Leiche. Ich habe kurz vorher auf jeden Fall aus Laboratorie Henki und Anni rauslaufen sehen. Ich weiß nicht. Kann aber sein, dass jemand in Deskombination da rausgekommen ist. Moin. Henki raus. Henki stand ein Meter hinter mir ab. Komm, lass mal Henki raus. Auf Ultra Quick. Ja, let's go. World Record. World Record pays. Strogen ist ein Poster. Ich habe es gesehen. Ganz heiß gewartet. Digga, die machen, die machen, die machen hier schon World Records. Hey, du bist f***. Oh Baby, jetzt kommt Klossi. Und? Jajaja. Das war die meiste Runde, die ich je hatte. So geil. World Record. Aber ich habe die Map das dritte Mal gespielt oder so. Ich habe einfach Anni bei unseren Leichen eingesperrt. da war. Und? Tschüss. Und? Okay.